Ja, ich nehme jetzt auf. Hallo Matze! Was haben wir denn heute so vor? Ja, wir suchen uns eine Stelle und da gucken wir mal am besten, wie wir anfangen. Wir spielen nämlich... Zum Baum... Life in the Woods. Minecraft. Minecraft, ja. Life in the Woods. Und da hinten haben wir auch direkt ein paar Pumpkins, ne? Seit Monaten mal wieder. Ja, ich war ja ein bisschen ineffektiv, sag ich mal. Viel zu tun gehabt und so. Ja, ging ja ja genau so. Ja, du hast ja noch keinen neuen Rechner, also du brauchst ja noch einen Rechner. Ein bisschen was sind doof. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich schon richtig auf Minecraft. Das wird der Hammer. Ich hole mir jetzt ein Pumpkin. Und dann. Ja, gute Idee. Und weißt du, was ich damit mache? Was? Ich erschrecke dich ein bisschen. Dreh dich mal um. Bo! Ja, geil. Wusstest du, dass man Creeper damit... äh, Creeper nicht, sondern, ähm... Endermans damit verarschen kann? Wie das? Du kannst die angucken, wenn so... wenn du ein, ähm, Dings trägst, ein Pumpkin. Okay. Und ja, dann kannst du dich den anhören und die locker mal verkloppen. Finde ich, äh, recht effektiv eigentlich. Ja, ja, definitiv. Ähm, also ich, ich habe eigentlich gar keinen Plan. Ehrlich gesagt. Ich würde sagen, also das erste, was ich immer ein bisschen mache, ist ein bisschen Holz holen. Ähm, ich denke, das ist hier nicht viel anders. Ja. Mal gucken, was hier so geht. Carpenters Mod, habe ich von gehört. Ich stehe übrigens voll im Dreck, ey. Iiii. Wo bist du? Im Dreck. Im Dreck. Das ist ja lustig. So. Ähm, so darf ich eigentlich Bäume aus der näheren Umgebung hier jetzt wegnehmen, wo wir doch hier unser Haus bauen wollen? Ja, würde ich sagen. Sonst, sonst pflanzen wir die irgendwie neu oder so. Da fällt uns, denke ich mal, schon was ein. Oh, das denke ich auch. Wir sind da ja kreativ. Mode? Nee. Aus der, aus, da sind wir jetzt ja raus, aus dem Kreativ-Mode. Damit haben wir abgeschlossen, ne? Unsere kreative Phase ist vorbei. Ja, wir sind jetzt schon über 30, also so langsam ist die Kreativität auch futsch. Ja, definitiv. Wir handeln nur nach Mustern und Schämen. Wie kommt dann nur noch beim Kiffen die Kreativität? Genau. Ey, wir könnten jugendliche Zuschauer haben. Vorsicht. Die kiffen doch auch alle. Ja, hast recht. Soll ich mal gucken, was hier in dem Berry-Garden ist? Jo. Zack. Erdbeeren. Putter, Futter werden nämlich gar nicht schlecht. Das geht mir aus. Das, oh, och du meine Güte. Was ist denn hier passiert? Hier. Hast du zwei Erdbeeren? Ich behalte mal eine. Die pflanze ich jetzt mal noch nicht. Das hat nichts gebracht. Okay, ich kriege gerade Pahnen. Doch, bei mir hast du was gebracht. Denk dran, du darfst auch nicht übermäßig schnell rennen. Ja, ich renne die ganze Zeit. Das wird mein Problem gewesen sein. Ja, eben. Du musst normal dich bewegen. Hast du recht. Das frisst nämlich Energie. Ei, ei, ei. Ja, wie war das hier? Ich denke mal, ich sollte mich umschauen hier. Oh, ich renne schon wieder. Nach Essen. Ähm, okay, Sablings, das ist auch gut. Aber Essen. Hallo, Ente. Na? Im Wasser gibt es nichts zu essen. Boah, ich habe das so ewig nicht mehr gespielt. Wie baue ich nochmal eine Kiste? Ähm, einfach Holz in einem Kreis anordnen. Also, in einem Viereck, meine ich. Äh, Holzbretter? Hier ist übrigens noch eine... Oh ja, hier ist noch eine Höhle. Ich glaube, die geht auch tiefer als die... Nee, doch nicht. Da ist eine Höhlenente. Na? Oh Gott. So, wo war unsere Höhle? Hier war unsere Höhle. Ich darf mich ja auch nicht zu weit weg bewegen von dir, sonst finde ich dich ja gar nicht wieder. Äh, hier läuft ein Regenwurm. Ehh. Die sind einmal verschleimig. Ähm, ich bekomme gerade ein bisschen Panik, ehrlich gesagt. Weil du nicht weißt, wo du bist. Nein, das finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde dich schon wieder, weil wir ja von Wasser umgeben sind. Aber ich habe nichts zu essen. Ah, ich habe gerade verrottetes Fleisch gefunden. Ich glaube, hier ist ein Zombie gestorben. Da kannst du auch zum McDonald's gehen. Was passiert denn, wenn ich hier in dem Spiel verrottetes Fleisch esse? Dann wirst du sterben. Sicher? Keine Ahnung, vergiftet. Ich riskiere es lieber nicht. Ähm. Ja, Scheibenhonig. Nein. Sag mal, steht der Server wirklich nicht auf Hungry? Äh, ein... Bei mir oben steht es auf Hungry irgendwie. Äh, ja, bei mir auch. Oder ne, das könnte unser Zustand sein. Ich glaube, das kenne ich schon von... Skysolated damals. Da habe ich eine andere Mod gespielt. Wie hieß die Mod? Okay. Sag mal, ähm, das war... Skyblock-Mod hier. Äh, diese... Ja, Skytower oder sowas. Ja, wo du nur so einen Block hast und dann alles dir selber basteln musst. Und da war das genauso. Da stand oben auch der Zustand, wie es dir gerade geht. Die Pilze, kannst du die eigentlich fressen? Ich glaube, die kann man nicht roh essen. Dazu braucht man... Oder braucht man dann nur eine Holzschüssel für. Das kann sein. Das wäre natürlich unsere Rettung. Pilzzuppe. Ach nee, da braucht man aber auch Fliegenpilze oder so zu, ne? Ja, haben wir aber auch nicht. Echt? Oh, Gott, nein. Zombies. Wo bist du denn? Geht wer? Weiß ich nicht. Ähm, ja, gute Frage, ne? Teleport? Nee, 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 wir spielen im Kreativmodus. Wir machen kein Gedöns mehr. Im Survivalmodus. Mein ich doch. Scheiße. Also, der Berry Garden, der rettet mich gerade jetzt. Ich habe zwei Stück gefunden. Ich versuche hier gerade, äh, Notgerung, irgendwie, was heißt Notgerung? Ich versuche hier, äh, Scheiße. Ich versuche hier Scheiße. Ja, im wahrsten Sinne. Ich schwimme mal hier rüber. Ich glaube, da bin ich richtig. Ansonsten stelle ich mich gleich mal irgendwie auf ein paar Erdhaufen. Eishaufen. Raspberry. Ey, das funktioniert. Also, ich muss jetzt ein bisschen was von den Früchten essen. Oh nein. Ja, mach ruhig, mach ruhig. Lass mich ruhig sterben. Hast du es gehört? Was? Die Explosion? Creeper? Also, wenn du es gehört hast, bin ich in deiner Nähe. Glaub schon. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Skilett im Nacken. Ich muss mich gleich irgendwie einbauen. Sag mal, siehst du irgendwo einen Berg? Nee, ne? Nee. Ich weiß. Sollte ich dir mal meine Koordinaten geben? Äh, ja, das ist ja erlaubt, ne? Jetzt habe ich auch noch eine Spinne im Nacken. Ja, auf jeden Fall. Äh, x, y, was brauchtest du da nochmal? Ähm, y ist Höhe. Also, x und z. Minus 1039, 44, 88, 3. 1039? Oh, ich werde hier getötet. Ich werde getötet. Nein. Doch, ich werde gleich sterben. Ich habe noch einen halben Lebensbalken und kaum was zu essen. Okay, ich... Ja, ich habe nur noch... Ich muss jetzt leider alles aufessen. Ja, ess ruhig, ess ruhig. Um irgendeine Überlebenschance zu haben. Ich spawn ja auch am Arsch der Welt dann, ne? Oh Gott, nein. Okay, ich muss rennen. Ich kann gar nicht rennen. Skeletto. Du wirst. Skeletto. Skeletto. Eine Grille. Ich kann gar nicht... 1039 sagst du, ne? Ja. Du bist ja voll weit weg abgehauen, ey. Ja, 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 ja. Lässt du mich ja alleine. Ah, ja, ich hau ab vor den Monstern. Hilfe. Ähm. Ich habe Probleme hier. Scheiß die Wandern. Aber ich kann wieder rennen. Du wirst sterben. Das sieht fast so aus. Auf jeden Fall mache ich überall Krater in die... Oh, ich bin tot. Weißt du, warum ich lache? Warum? Weil du gerade zu mir gesagt hast, du wirst sterben. Ja. Aber ich weiß irgendwie, ich bin ja ganz woanders jetzt. Kann ich die Strawberries auch irgendwie rauskriegen? Ich habe gerade Strawberry Bushes. Oh, jetzt, ich habe gerade, weißt du, was ich gehört habe? Was? Ein Enderman. Creeper. Enderman. Und ich ein Creeper. Hast du einen Creeper am Arsch? Ja. Oh Gott, wie komme ich denn hier... Ach, da ist... Ah, 1039 und Z war... Ja, ich bin jetzt wieder ganz woanders. Oh Gott. Ich bin jetzt bei 736,3904 irgendwas. Ach, du bist ganz weit weg von mir. Weißt du, was ich jetzt mache? Ja, was? Ich werde den Suizid wählen. Damit wir zusammen spielen können. Ja, ich spawn ja bei dir dann. Da, wo du spawnst. Spawn ich dann. Na, das fängt ja gut an hier. Ja, komm, knutsch mit mir, du kleiner, mir als Zombie, du. Oh. Töte ihn. Juhu. Ach, da ist ja ein Leuchtfeuer. Die Zipfel wurde erschlagen. Das finde ich aber gut. Es gibt... Was denn? Ich habe ja einen... Wir haben ja den Graveyard-Mod. Und ich denke mal, das können wir irgendwann wiederfinden, das Gebiet hier. Ich glaube, da kommt ein Leuchtfeuer beim Grave. Ich bin im Treibsand. Bist du an einer Küste gespawnt? Ja, irgendwo da. Aber ich bin jetzt gerade im Treibsand gelandet. Das gibt hier noch was, Leute. Aber echt? Gehst du mal... Wenn du zurück zu deinem Spawn gehst, dann siehst du mich. Ja? Warte, ich werde erstmal... Oh, cool, hier unten drunter war eine Höhle. Ey, wollen wir beim Spawn bauen? Ich habe echt das Bedürfnis, beim Spawn anzufangen zu bauen. Ja, ich glaube, ich auch. Oh, ich bin tot. Klub. Ja, ja. Wo bist du? Ähm, ich bin da... Ach, da bist du. Ich sehe dich. Dreh dich um. Ich habe hier ein paar Zombies. Wir feiern gerade eine Party. Also, ich halte die bei Laune. Willst du mal eben ein Holzschwert machen? Ja, ich brauche erst mal Beut. Holzschwert. Also, ich werde angewischt. Oh. Da kommen noch mehr. Die Hurensöhne. Scheiße mit Bogen. Oh, oh. Oh, oh. Ja, wir werden wieder sterben. Oh, oh. Wollen wir warten, bis der Tag ist und uns dann direkt einen Unterschlupf machen? Oh. Halte ich für sinnvoll. Ja. Aber ich versuche mal nicht so viel zu sterben. Vielleicht überlebe ich es ja auch. Spinne? Hörst du auf? Ich leiste mir gerade einen Boxkampf mit der Spinne. Ich glaube, die Spinne gewinnt. Ach. Nein, ich habe gewonnen. Creeper. Pfeil und Bromarsch. Creeper-Bomb. Da unten bist du. Komm, jemand da rauf. Leg den mal was ab. Was? Den? Den? Ja. Ja, der macht mich tot. Ah, ich sterbe zum World of Warcraft Musik. Ja, ich fau dich mit dem Spinnenauge. Junge, lass das. Juhu, wieder tot. Ey, ich habe eine Score von 5 gehabt. Boah, hier ist alles voller Zombies. Das gibt es doch nicht. Da kommt ja... Es wird gleich Tag. Was ist das im Wasser? Es wird gleich Tag. Guck dir mal an, was das hier im Wasser ist. Wieso? Da sind jede Menge von den Viechern. Ja, die machen gerade eine Schwimmparty. Und weißt du, was scheiße ist? Es regnet. Was? Das heißt? Das heißt, sie brennen nicht. Das heißt, die leben weiter. Was ist denn in deinem Grab drin? Oh, Holz. Ich mache uns jetzt Schwerter. Ja, und dann geht es denen an den Kragen. Aber ich brauche mehr Holz. Hier ist ein Skelett mit einer goldenen Rüstung oder sowas. Ja, aber ich weiß. Ein Zombie. Was ist das für ein Affe? Das ist ein fieser Zombie. Deine Mutter Zombie. Ja, genau. Das ist deine Mutter Zombie. Oh, hier ist der Creeper explodiert. Die kommen alle an Land auch noch, die blöden Viecher. Ja, aber Gott sei Dank brauchen sie ein bisschen. So. Zack. Ich habe es nicht. 2, 2. 2, 2, 2, 2. Schwert. Schwert. So, ich mache mir auch gleich nochmal eine Spitzhacke. Ach, ich mache dir auch gleich eine Spitzhacke. Dann können wir direkt zum... Ja, ich... Ich lenke die ein bisschen hier ab erstmal noch. Aha. Okay, 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 okay. Wo bist du? Warte, lass mich erstmal noch. Da ist ein Skelett mit einem verzauberten Bogen. Ey, was ist hier los? Das ist aber richtig übel, das Spiel. Kann das sein? Ja, irgendwie. Komm zu mir. Ich gebe dir eine Schwerte. Ja. Können wir mal ein bisschen für groß sorgen. So, du hast ein Schwert. Ja, ich werde gleich eh sterben. Nimm das Schwert besser wieder auf. Ja, dann kannst du es von deinem Grab aufsammeln. Ey, das gibt es nicht. Fängt das auch noch an zu regnen. Ist das denn die Wahrheit? Ist das denn die Possibility? Boah, der Hurensohn hier. Ein Hurensohn. Spicy Bush? Moment. Heilt der mich? Nein, der vergiftet mich. Oh Mann. Man macht auch nichts hier richtig, ey. Boah, so viele Zombies auf einmal habe ich noch nie gesehen. Doch, ich schon. Aber jetzt am Anfang ist das... Oder doch nicht. Das sind doch schon verdammt viele. Ja, die werden auch immer mehr, habe ich den Eindruck. Na gut, ich fange mal an, sie fertig zu machen. So, Nummer eins. Ja, ich mache mein Schwert wieder. Nummer zwei. Sammeln. Ja, das ist ein Menschen-Zombie. Kann das sein, dass ihr dann in der Nähe ein Dorf oder so? Hm, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber es wäre cool. So, jetzt geht es euch an den Kragen. Ja, mach so Platz. Räsche meinen Tod. Multi-Kill. Ach, übrigens. Äh, wenn... Deine Zuschauer das Video hier sehen sollten. Die können sich gerne, wenn sie Bock haben, mit hier anstellen. Ich habe jetzt noch vier Plätze frei. Je nachdem, wenn Tana und so nicht möchte. Hier ist dein Schwert. Wo, 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 wo? Hier in dem, in dem Grab. Wieso kann ich das nicht aufnehmen? Muss das Grab rechts klicken. Ich nehme mal deinen Dirt. Kann ich das nicht? Äh, nee, kann ich tatsächlich nicht. Ah, da, Holzschwert. Pfeilung noch haben wir hier auf jeden Fall genug. Okay, wir sind safe, würde ich sagen. Also, ich finde dieses Gebiet auch gar nicht so schlecht. Ja, besonders hier mit den Ton-Dingern hier. Ich habe auch noch keine Grillen gehört. Hast du schon eine Grille gehört? Nein. Hast du eine Spitzhacke oder sowas? Ach ja. Wegen den Bäumen. Ich habe eine Spitzhacke. Da können wir uns schon mal ein paar Steine mitholen. Wo bist denn du? Ach, da bist du. Zack. Ich suche mal nach deinen dann. Du machst Holz. Ja, okay. Dann hole ich schon mal ein bisschen Holz für unser Haus. Unsere Unterkunft. Ist dann aber leider Junglewood. Junglewood. Ja, egal. Oh, Oakwood. Hauptsache. Ich habe einen Oakwood gefunden. Juhu. Also, ich muss echt... Ich bin jetzt... Ich bin zum Fan von Biomes of Plenty geworden. Das ist richtig geil. Das ist mal was anderes hier. Hier gibt es auch fliegendes Laub. Ach so, das ist... Hier habe ich einen Baum geerntet. Daher. Fliegende Kuh. Ich will mich nicht zu weit entfernen irgendwie. Ich finde hier keinen... Ich hole mir auch gerade mal ein paar Steine für eine Axt. Hühnchen laufen ja auch rum. Also, Limestone. Das hattest du auch schon mal. Oh, Hühnchen. Böse, böse Hühnchen. Das ist doch verflixt. Irgendwie läuft alles falsch. Jetzt buddel ich mich runter, dann ist da Limestone. Buddel ich mich noch tiefer, da ist da Gravel. Ich brauche doch nur ein bisschen Cobblestone. Cobblestone. Riolite? Riolite? Underground Biome Constructs. Constructs, okay. Läuft alles nicht so blumig irgendwie hier. Wo kriege ich dein Cobblestone her? Ich grabe mich jetzt hier runter. Ich baue jetzt hier einen Mine-Eingang. Okay. Und irgendwann werden wir wohl darauf stoßen. Ansonsten bauen wir erst mal aus Erde uns ein Haus. Hm. Ein schönes Dreckhaus. Holzachs. Nee. Nee, 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 da bin ich, nee, nee, da bin ich gegen. Warte mal. Ich mache mir jetzt eine Holzachs. Die Musik hätten wir eben gebraucht beim Kämpfen, da. Hm. Episch. Epik. Übrigens, wir haben auch eine Kuh hier. Ja, habe ich gesehen. Blöde. Faktisch, weil es wir mal Leder brauchen. Was war das? Riolite und so habe ich hier schon gefunden. Ich habe Dornen gefunden. Aua. Das tat weh. Oh, das läuft richtig flüssig irgendwie bei mir. Hatte ich sonst nie. Habe ich heute richtig Glück? Das ist meine positive Aura. Ja. Aura. Oh, ich habe einen Apfel gefunden. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss den Apfel essen. Ess ihn. Ich werde es mal mit dem verrotteten Fleisch probieren. Nee, sonst töte die Kuh doch. Geht mit dem verrotteten Fleisch. Aber jetzt bin ich hungry für 30 Sekunden. Die Kuh weiß ich nicht. Würde ich gerne leben lassen. Ja. Wäre, glaube ich, sinnvoller. Shrub. Crafting Red Dye. Grossage. Kann ich es essen? Nee. Kann ich nicht essen. Wenn du irgendwo hier Dings findest. Wie heißt es? Ähm, ähm, ähm. Kohle. Direkt hier rüber. Oh. Es gibt übrigens Büsche, die dich vergiften können, ne? Vergiften. Ja, ja, ja. Weiß ich. Ach, übrigens. Es gibt Büsche, die dich vergiften. Es läuft euch schon wieder, W.O.W. Ich höre eine Höhle unter mir. Aber das ist jetzt alles nicht so wichtig. Ich muss mal wieder auf Nahrungssuche gehen. Ähm, es tut mir leid, Huhn. Oh, Schweine. Oh, Schweine. Meine Rettung. Schwein gehabt. Jetzt muss ich mir nur noch einen Ofen bauen. Hast du, hast du schon Cobblestone? Äh, ich hab... Limestone. Dann Re-Lied irgendwie Pflaster-Stein. Pflaster-Stein. Dann Diorid und das war's. Ach, du hast ein Deutsch... Hast du das auf Deutsch? Ja, ich hab Deutsch. Ach, wie hast du das denn gemacht? Ich hab das nur auf Englisch. Ja, Language. Ach, natürlich. Ja, klar. Das kann man in-game einstellen. Ist auch viel einfacher, finde ich. Da, da, wieder was klären. Ah, ja, natürlich. Hab ich ganz vergessen, wo man das einstellt. Und da kann ich auch direkt mal den... Regen ausstellen. Ähm... Ja, auf jeden Fall. Ähm... Feindliche Spiele. Atmosphäre. Nee, Atmosphäre ist es nicht. Wetter. Aus. Fertig. Ich mein, ist ja auch nur der Regen, den man da hört. Oder so ganz leise vielleicht, ne? Nur ganz, ganz, ganz leise. So, jetzt sind fünf Creeper hier rein. Dann hab ich ein schöner Bruder hier. Ähm... Willste, willst du mit Explosionen bauen, wa? Hm. Ich hab ne Kiwi. Und zwei Pineapple. Ich denk, das sind wir Ananas. Ja, ich brauch noch nix. Äh, wir brauchen auf jeden Fall erst noch ganz wichtig Kohle, glaub ich. Wegen Fackeln bauen. Dann können wir uns hier in der Höhle ein bisschen verschanzen. Ähm... Findest du mich überhaupt noch? Wir können... Oh, ich bin im, ich bin im Treibsand. Ah, okay. Dann war's dann. Doch. Scheiße. Der geht ja immer tiefer. Jetzt. Ja, der wird... Ja, ich muss mich runterbuddeln. Ganz einfach. Ich muss schneller als der Treibsand abbauen. Ich muss schneller als ich versinke abbauen. Hab's geschafft. Juhu. Puh. Ähm... Ich denke, ich finde zum Spawn zurück. Aber ich möchte nicht laufen. Ein Huhn. Puh. Puh. Komisch. Ein Huhn mit Identitätsproblemen. Ich hab übrigens Kohle gefunden. Ja, sehr geil. Mitbringen. Riolit-Steinkohle. Dann kann ich tiefer bauen. Ich muss aber... Grauwacke hab ich auch gefunden. Keine Ahnung. Nehm mit. Grauwacke-Steinkohle. Grauwacke-Steinkohle. Ich hab noch drei... Äh... Hungerbalken. Und... Ja, ich hab vier, oder? Ja, wenn wir null haben, sind wir ja tot, ne? Hier. Ne, Herzen. Herzen hast du, oder? Ich hab Herzen voll, aber nur drei Hunger. Also nur drei Keulchen. Dann musst du dringend was. Ja, ich weiß. Aber ich hab jede Menge Fleisch. Das muss ich nur braten, ne? Ich mein, ich könnte es auch roh essen. Aber das wäre nicht so lecker. Aber im Zweifelsfalle, wenn ich nur noch eine Keule hab, muss ich das wohl machen. Aber ich glaube, Hühnchen sollte man nicht roh essen. Sonst kriegst du ja H1Z1. Ja, genau. Ne, wie hieß das? H1Z1 war ein Spiel. Weiß ich nicht. H5N1. Ja, genau. Keine Ahnung. Aber H1Z1 ist ja auch auf ein Virus bezogen, nehm ich an. Jo. Das ist auf ein Virus von einem Döner bezogen. Ja, auf echt? Was? Das ist schon wieder ein Dornenbusch gewesen. Ein Döner-Virus. Was ist das? Ich hab ne Wüste gefunden. Eine Wüste, Wüste. Ähm... Kannst ja Staubsaugen. Warte mal. Ich denke, ich muss mir wieder mit Koordinaten aushelfen. Ich bin jetzt bei 661, 862. Plus oder Minus? Minus und dann... Und Z Plus. 758,99872. 758? Ja, Minus. Okay, dann... Muss ich durch die Wüste? Tatsächlich? Kann eigentlich nicht sein. Und was war Z gleich nochmal? Z war... Äh... 962... 58316. Ach, dann muss ich hier übers Wasser. Wie weit bin ich denn schon wieder abgehauen? Ja, du lässt mich hier im Stich. Oh Gott. Du magst mich nicht. Ich muss essen. Scheibenhonig, ey. Immer dieses Essen. Das ist aber echt übelst mit dem Essen. Da hinten müsste es sein. Ja, wenn du die Lichter dann siehst. Ah, unsere Gräber. Ich sehe unsere Gräber. Ja, dann bist du richtig. Das ist das Gute hier. Gott sei Dank sind wir gestorben. Oh, das Leuchtfeuer ist voll schön im Wasser. Das ist im Wasser schöner als oben. Ich guck mal, ob Tintenfische auch... Ah, da hat Skype sich gemeldet. Das könnte der Jobi sein. Jobi! Ach, wie Jobi! Himmelsbambus? Ne, nur Tintenbeute. Kein Fleisch. Wow, es gibt Korallen. Schön. Oh! Was ist das? Also, rein theoretisch. Wenn ich mir einen Turm baue, dürfte mir auf diesem Turm nichts passieren, weil die ja nicht auf dem Turm sparen. Ne, sparen. Das muss ich gerade mal auf mich wirken lassen. Oh, ich ersaufe. Juhu! Ähm, also ich weiß nicht, du hast ja keine Shader, ne? Aber, aber komm trotzdem... Oh, 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 oh... Ich, ich guck hier... Ah, ich seh nicht gerade, wie du stirbst, glaube ich. Ich hab noch ein Herz, aber ich kämpfe gerade. Das könnte so ein Problem werden. Komm mal unter Wasser. Komm mal her. Ich? Ich muss ein rohes Hülchen essen. Wieso geht das nicht? Ich bin gerade auf dem Turm hier unten, ist alles volle Zombies. Nein. Ich brauche Cobblestone, sonst sterbe ich wieder. Cobblestone. Ich hab nur Diorit. Kannst du daraus einen Ofen machen? Äh, vier übereinander, oder? Ähm, ne, wie eine Kiste, bloß mit Stein. Ich kann nicht abbauen, ich sterbe. Ich hab jetzt Bruchstein. Ach ja, du hast ja, du hast ja Bruchstein. Daraus wird ein Ofen gemacht, genau. Aber ich krieg meine Sachen ja wieder. Warte, ich guck mal. Gott sei Dank. Das war aber so nicht geplant, dass wir hier die ganze Zeit krepieren. Ja, das passiert halt. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nur ein Spiel. Ja, genau. Und später wird es nicht mehr passieren. Das wird noch oft genug passieren. Hast, ähm, kannst du mir die... Entschuldigung. Ich bin grad gucken, wegen dem Ofen. Nee, ähm, ob du mir die Steine runterschmeißen kannst, weil ich hab ja Holz, ich kann ein Crafting Table bauen. Ja, mach ich. Und dann buddel ich mich, glaub ich, grad mal ein. Kommst du dann mit? Da unten liegt was? Dann gehen wir ein bisschen ma-ma-ma-minen. Untertitelung des ZDF, 2020